Hallo, ich bin Thomas Friebe, Sprecher, Coach und Co-Autor des Bestsellers Transform mit Brian Tracy. In der Vergangenheit habe ich für euch ja einige Videos zu High-Performance, Zielerreichung und Effektivität produziert. Und gerade die High-Performance-Videos sind auf großes Interesse gestoßen. Was bedeutet High-Performance? High-Performance heißt Hochleistung, auf hohem Niveau Leistung erbringen, das permanent und zwar ohne auszubrennen. Und neulich habe ich zu dem Thema den Experten im deutschsprachigen Raum getroffen, Thomas Schlechter. Er steht wie kein anderer für punktgenaue Bestform in Beruf und Sport. Als Thomas Schlechter vor einigen Jahren mentaler Coach des 1. FC Köln war, dann schrieb der Express in einer Großüberschrift, mit Schlechter läuft's besser. Und ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen, weil ich seine Bücher punktgenau in Bestform und auch mentale Shortcuts regelrecht verschlungen habe. Besonders die mentalen Shortcuts, die wörtlich übersetzt sowas wie gedankliche Abkürzungen heißen, können dir vor wichtigen Präsentationen oder auch vor schwierigen Gesprächen sofort helfen, um dich in die richtige Stimmung zu versetzen und um in der Situation genau auf den Punkt leistungsbereit, energiegeladen und kraftvoll zu agieren. Thomas Schlechter beschreibt als den Ur-Shortcut in seinem Buch den sogenannten und viel zitierten Moment of Excellence. Und zwar ist das ein Moment, an den du dich erinnern kannst in deinem Leben, als du ein sehr großes Erfolgserlebnis hattest. Ein Moment, in dem praktisch alles geklappt hat, in dem du der strahlende Sieger warst. Das kann etwas Sportliches gewesen sein, eine bestandene Prüfung oder ein Lob oder eine Situation, in der du dich frei geliebt, glücklich gefühlt hast. Mein Bruder zum Beispiel erzählte mir von einem Erlebnis, als er als 20-Jähriger nach dem Abitur eine Australienreise gemacht hat und dort zum ersten Mal an einem Bungee-Seil 80 Meter in die Tiefe gesprungen ist. Und er sagte mir danach, das war das befreiendste Erlebnis, was ich jemals in meinem Leben gehabt habe. Und als er mir das neulich nochmals nach über 20 Jahren erzählte, da leuchteten seine Augen, er bekam eine frische Farbe ins Gesicht und sagte voller Begeisterung, da habe ich meine Angst überwunden. Das zum Beispiel war ein typischer Moment of Excellence. Und solche Momente können wir konservieren und für andere Situationen nutzbar machen, indem wir dieses Gefühl wieder abrufen und für die neue Situation anwenden. Wenn du jetzt an einen solchen Moment denkst in deinem Leben, dann kommen natürlich ganz schnell auch wieder die Gefühle hoch, die du in dem Moment hattest. Vielleicht waren auch Gerüche, Bilder, Töne beteiligt. Nimm all diese Sinneseindrücke zusammen und verbinde sie mit einer kleinen Geste, zum Beispiel, indem du Daumen und Zeigefinger drückst und dich an diese Szene erinnerst. Du kannst auch ein Ohrläppchen nehmen oder vielleicht die Füße spreizen, dann sieht es keiner. Nimm etwas, was einfach ist und erinnere dich an die Situation und verbinde dann den kleinen, aber kraftvollen körperlichen Impuls mit diesem Gefühl. Dann kannst du das abrufen. Nimm dir ein bisschen Zeit dafür. Mach das Ganze in einem entspannten Zustand. Es gibt natürlich über dieses Gefühl der Exzellenz hinaus eine Menge anderer Situationen, in denen mentale Shortcuts wichtig sind, um zum Beispiel aus einem Gefühl des Stresses, der Sorge oder der Angst hinauszukommen. Und Thomas Schlechter hat dazu eine Vielzahl von Shortcuts entwickelt. Und da ich ihn, wie gesagt, neulich kennengelernt habe und weiß, dass du großen Nutzen aus seinem Wissen ziehen kannst, habe ich ihn gefragt, ob er für uns nicht noch eine zusätzliche Gratiskostprobe hat. Und auch das hat er, und zwar ein kostenloses mentales Online-Probetraining. Dabei zeigt er auf ganz einfache Weise, wie du mentale Fähigkeiten entwickeln und sofort für deinen Erfolg einsetzen kannst. Thomas Schlechter stellt dir zwei Mentaltechniken vor, mit denen du dich sofort aktivieren und absolut konzentrieren kannst. Und dazu gibt es noch einen mentalen Schnelltest. Ich sage jetzt einfach mal für uns alle hier stellvertretend, danke Thomas. Klick hier auf den Link und ruf das mentale Probetraining ab. Es ist alles online per Video anzusehen und wie gesagt kostenlos. Viel Spaß dabei und schreib mir hier, was du von dem Training hältst und wie es dir geholfen hat. Auf ganz bald, dein Thomas Friebe. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.